Im Studio begrüße ich Andreas Kollross, den kommunalpolitischen Sprecher der SPÖ im Nationalrat. Guten Tag. Und Walter Rauch, den Umweltsprecher der FPÖ. Herzlich willkommen. Herr Rauch, das EU-Parlament will, dass die CO2-Emissionen bis 2030 um 40% gesenkt werden. Der Kommissionsvorschlag war 30%. Ihre Fraktionskollegen haben dagegen gestimmt. Ich nehme an, Sie hätten auch dagegen gestimmt. Warum? Aus einem bestimmten Grund, weil wir natürlich auch hier in Österreich Maßnahmen setzen. Wir haben hier eine integrierte Klima- und Energiestrategie auf den Weg gebracht, wo wir hier Maßnahmen setzen und auch 7,2 Millionen Tonnen an CO2 einsparen wollen. In den nächsten Jahren bis 2030 in unserer Mission. Jetzt gibt es aber Umweltwissenschaftler, die sagen, auch mit 40% CO2-Einsparung wird das Klimaziel, das in Paris gesetzt wurde, zur Erderwerbung nicht erreicht. Das wird zu wenig sein. Ich gehe davon aus, dass wir mit unserem ambitionierten Programm auch dementsprechend hier mit unseren Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, mit der Elektromobilität auch hier Maßnahmen setzen, dass wir bis 2030 unsere Ziele erreichen können. Herr Kollos, die Reduktion von 40%, wie sich das Parlament das vorstellt, wird nur zu erreichen sein durch eine massive Reduktion von Fahrzeugen mit Brennstoffmotoren. Sie sind Bürgermeister einer Gemeinde südlich von Wien, quasi im Zwickel zwischen Südautobahn und Burgenland-Antobahn, eine Gemeinde mit sehr vielen Tagesbändlern nach Wien. Würden Sie diese Politik Ihren Bürgern schmackhaft machen können? Naja, ich möchte zuerst zum Kollegen Rauchner vielleicht einen Satz sagen. Das glaube ich ist auch richtig, dass er sagt, dass er dem nicht zugestimmt hätte, weil er da schlicht und einfach ehrlich ist mit seiner Politik. Weil wenn man sich die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung ausschaut, dann ist es alles andere als wir, eine CO2-Reduktionspolitik, die hier betrieben wird. Und deshalb ist es völlig legitim, dass er sein eigenes Regierungsprogramm nicht kontaklariert. Das hilft uns halt nur nichts beim CO2-Ausstoß. Und die eigentliche Frage, die zu beantworten ist, ich glaube nicht, dass ich es meinen Bürgerinnen und Bürgern schmackhaft machen kann, weil ich glaube, dass vor allen Dingen im Speckgürtel um Wien, und da befinden wir uns letztendlich, nicht nur darum geht, den Individualverkehr zu stärken, sondern es geht vor allen Dingen darum, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Und da gibt es in Wirklichkeit sehr wenig bis gar nichts, was hier passiert. Ich kann das nur mit einem Beispiel vielleicht noch untermauern, wenn ich ganz kurz noch darf. Und zwar, wir verhandeln gerade die neue Fahrplanausschreibung. Und das Einzige, was wir hören als Bürgermeister, wir haben es halt jetzt zusammengeschlossen, zehn Bürgermeister, ist, ihr könnt es eh mit uns über alles diskutieren, nur mehr Kilometer gibt es nicht. Und wenn das die Politik ist, dann kommt am Ende des Tages raus, dass man eben nicht den Individualverkehr beseitigt, sondern dass man den in Wirklichkeit stärkt. Jetzt ist Österreich aber, was Bahnverkehr, öffentlichen Verkehr betrifft, und auch öffentlichen Transport relativ weit vorn in Europa. Und trotzdem steigt aber der CO2-Ausstoß im Verkehr als einziger Bereich, da muss man dazu sagen. Also es wird offenbar von den Menschen nicht angenommen. Und die Politik hat keine... Es wird offensichtlich von den Menschen nicht angenommen, weil es möglicherweise nur in manchen Regionen und Städten in Wirklichkeit funktioniert. Also wenn ich mir zum Beispiel die Stadt Wiener schaue und das 350-Euro-Ticket, dann ist da natürlich in Wirklichkeit sehr viel passiert, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Aber wenn Sie jetzt einen Bürger aus dem Waldviertel oder aus dem Weinviertel oder von mir das auch aus meiner Gemeinde erzählen wollen, dass der öffentliche Verkehr toll ist, dann muss ich Ihnen leider enttäuschen. Das ist was anderes wie richtig. Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs ist eine Maßnahme dieser Bundesregierung, steht auch in unseren Leitlinien und unseren Leitprojekten drinnen. Das ist ein maßgeblicher Punkt. Aber ich muss schon zum Kollegen Kollhaus noch erwähnen, wenn er Wien so positiv erwähnt. Wien, wenn man schaut, nur die Ampelsituation, wie hier Staunen und Stauben produziert wird, muss ich dem ganzen Projekt, das Sie hier in Wien in den letzten Jahren oder Jahrzehnten produziert haben, widersprechen. Ich gehe davon aus, dass eine vernünftige und bürgerfreundliche Verkehrspolitik auch im Sinne der Umwelt und auch im Sinne des CO2-Ausstoßes, den zu reduzieren, auch hier Maßnahmen gesetzt werden müssen, ähnlich wie in der Steiermark in den Jahren 2010, 2011, 2012, hier eine grüne Welle einzuführen. Und was unsere Maßnahmen dieser Bundesregierung jetzt sind und auch des Parlaments, dass wir sagen durch den IGL-Hunderter, auf der einen Seite, dass die E-Mobilität hier dementsprechend aufgewertet wird, aber auch, weil das gerade in Wien auch ein Thema ist und hier eine Absage gekommen ist, dass die Busspuren von den E-Autos nicht verwendet werden dürfen. Und hier sagen wir ganz klar, das wäre eine Maßnahme, wo wir in der E-Mobilität im gesamten Bereich nur 0,4 Prozent der Fahrzeuge, die angemeldet sind im August 2018 bei einem Gesamtvolumen von 5 Millionen Autos. Eine Frage an beide wollte ich vorhin noch stellen zur Mobilität. Pendlerpauschale wäre das ein Instrument zur Stärkung, Pendlerpauschale abschaffen, ein Instrument zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs? Die Pendlerpauschale-Abschaffung funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn wirklich parallel dazu ein flächendeckendes öffentliches Verkehrsnetz stattfindet. Ansonsten ist es nur eine Pseudo-Aktion und belastet in Wirklichkeit jene, die nicht den Arbeitsplatz vor der Haustüre haben. Und das würde ich für den falschen Weg halten. Natürlich muss alles in Richtung Ausbau des öffentlichen Verkehrs gehen. Und wenn ich nur noch eine Nebensatznahme sagen darf, aber es gibt zumindest außer Wien kein anderes Bundesland, wo man um 365 Euro im Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Also da könnten sich andere Bundesländer unter anderem in Niederösterreich der Herr Rauch hat vorhin schon ein Stichwort gegeben, E-Mobilität. Im Vorjahr wurden 320.000 Autos mit Kraftstoffverbrennungsmotor angemeldet und 5.400 Elektrofahrzeuge. Also das sind dann nur Placebomaßnahmen, die jetzt diese Woche im Ministerrat hier... Nein, nein, da muss ich vehement widersprechen. Das sind keine Placebomaßnahmen, das sind Einreizmodelle. Denn wir haben uns auch verschrieben seitens dieser Bundesregierung und auch der Parlamentsklubs der beiden Regierungsparteien nicht mit Fährboten zu arbeiten, sondern mit Gehboten und dementsprechend auch mit Anreizmodellen. Und hier soll ein Anreiz geschafft werden, dass die E-Mobilität steigt. Wie vorhin erwähnt, wir haben ja nur 18.000 Fahrzeuge, die zurzeit mit E-Mobilität betrieben werden. Aber auch gleichzeitig nicht nur die E-Mobilität, sondern auch alle anderen alternativen Kraftstoffe, die möglich werden. Anreiz sieht auch so aus, dass zum Beispiel der Vorschlag kommt von der Bundesregierung, die Gemeinden sollen E-Mobilität fördern, indem sie gratis Parkflächen etc. Ladestationen zur Verfügung stellen. Was sagt der Bürgermeister aus Drumau dazu? Der Bürgermeister sagt dazu, was er immer sagt, wenn solche Vorschläge kommen, prinzipiell in Ordnung. Aber was ich nicht in Ordnung empfinde, ist, dass immer von der oberen Ebene auf die untere Ebene irgendwelche Vorschläge kommen. Dann sollte zumindest ein Zusatzvorschlag dabei sein, nämlich wie die Finanzierung diesbezüglich zum Beispiel, was E-Tankstellen betrifft, ausschaut. Weil nur zu sagen, die Gemeinden sollen das tun, aber das Geld und die Steuereinnahmen verschieben sie nicht und bleiben auf Bundesebene, das halte ich letztendlich für einen falschen Weg. Ich möchte aber nur zur E-Mobilität, lassen wir den Ansonsten noch sagen, zur E-Mobilität insofern aber sagen, man muss sich das halt auch ein bisschen genauer anschauen, weil wenn man sich anschaut, die Anmeldungen der E-Autos, dann muss man schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen, dass fast drei Viertel der E-Autos Firmenautos sind und nur ein Viertel der angemeldeten E-Autos Privatautos sind. Und das aus dessen Grund, weil halt das auch letztendlich eine soziale Frage ist, ob man sich ein E-Auto kauft oder nicht, weil die logischerweise um ein Vielfaches teurer sind als wir andere Autos. Wir sind am Ende der Zeit. Einen Satz dazu betreffend der kommunalen Ebene. Ich bin selbst Kommunalpolitiker und wir haben auch hier in dem Jahr 2018 heuer elf E-Tankstellen gebaut. Auch da gibt es Maßnahmen und ich gehe davon aus, dass wenn man hier mit ambitionierten Zielen vorangeht, auch dementsprechend auch diesen Prozess positiv in den nächsten Jahren voranschreiten kann. Meine Herren, ich danke für den Besuch. Danke sehr.